Wie ist die Schleifmaschine mit der Breitenverstellung? Hier möchten wir Ihnen einmal einige Details unserer Schleifmaschine zeigen. Anfangen möchten wir mit der Breitenverstellung, welche es möglich macht, die Maschine schnell auf eine neue Arbeitsbreite einzustellen. Selbstverständlich muss für eine Verstellung die Maschine leergefahren sein. Und dieses geht bei unserer Maschine sehr schnell, da wir eine der kürzesten Schleifmaschinen am Markt haben. Durch die kurze, sehr kompakte Bauweise unserer Maschine von nur 3,60 Meter kann die Benteler Schleifmaschine in der gleichen Produktionszeit deutlich mehr Gläser schleifen als die üblicherweise 6,50 Meter langen Maschinen unserer Wettbewerber. Bei anderen Maschinen muss jedes Glas fast den doppelten Weg durch die Maschine zurücklegen. Schauen wir uns einmal die Seiten- und Winkelausrichtung an. Die Maßhaltigkeit des Produkts beginnt mit einer korrekten Seiten- und Winkelausrichtung beim Einlauf des Glases in die Maschine. Aus diesem Grund haben wir diese Einheiten besonders robust, schnell und präzise ausgeführt. Durch den gleichmäßigen Druck, den wir mit unserem Druckbalken, mit seinen speziellen Führungsleisten und den elastischen Druckriemen auf die gesamte Glasfläche geben, haben die Glasscheiben den optimalen Halt für ein optimales Schleif- und Polierergebnis. Für die ja heutzutage immer häufiger vorkommenden beschichteten Gläser haben wir ein Low-E-Kit anzubieten. Dabei wird der Druckriemen vorn und hinten gezielt abgespült. Ebenso haben wir den Winkel, mit welchem der Riemen auf das Glas aufsetzt, verändert, um Kratzer auf den empfindlichen Gläsern vorzubeugen. Als weitere Option bieten wir die automatische Aufmaßeinstellung an. Sechs zusätzliche Motoren stellen die Referenzleisten an der Einlaufbahn, an der Winkelverkettung und an den Einläufen der beiden Schleifmaschinen auf das vorhandene Aufmaß am Glas ein. Darüber hinaus bieten wir Ihnen optional eine automatische Abtragseinstellung an, bei der die Schleifspindelmotoren mit Verstellantrieben ausgerüstet werden. Ein automatisches Einstellen der geraden Kanten Schleifwerkzeuge für Vor-, Mittel- und Feinschliff ist damit gewährleistet.